Diese Theophanie wurde von Robert Oppenheimer beim Miterleben des ersten Atombombentests zitiert. Now I become death, the destroyer of worlds, jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Die von Oppenheimer falsch übersetzte Stelle bedeutet in der deutschen Übersetzung ursprünglich Ich bin die Zeit, die alle Welt vernichtet erschienen, um die Menschen fortzuraffen. Heute ist Theophanie, der orthodoxe Offenbarungstag am 6. Januar. In der griechischen Tradition, als sich Zeus der Semele in seiner wahren Gestalt offenbart, wird sie von seiner Göttlichkeit geblendet und verbrennt. Da der Anblick des Gottes mehr ist, als ein Sterblicher ertragen kann. Die meisten Theophanien in der griechischen Überlieferung verlaufen jedoch nicht tödlich. Theophanie Gott, Theos und sich zeigen, Phanestai erscheinen, Offenbarung, Christliche Theologie, Gilgamesch, Epos, Ilias, Bibel. Ofenbarung